Ich habe hier eine Tabelle von einem Lagerbestand und ich möchte mir anzeigen lassen, ab wann ich etwas nachbestellen muss und wie viel. Berechnen wir erstmal die Nachbestellmenge, das ist der Sollbestand minus dem Istbestand, das sind dann 47 in dem Beispiel. Und ich kann mir auch gleich ausrechnen und anzeigen lassen, wie viel der Istbestand im Verhältnis zum Sollbestand ist. Das wäre dann der Istbestand geteilt durch der Sollbestand, dann kommt die Prozentzahl raus, müssen wir noch als Prozent formatieren und dann haben wir hier die entsprechenden Prozentangaben. So, mit der bedingten Formatierung wollen wir jetzt zwei Dinge darstellen. Einmal ab 50 Prozent Lagerbestand soll die Zelle rot angezeigt werden, ab 70 Prozent gelb. Dazu markieren wir erstmal diese Spalte, diesen Bereich und gehen auf bedingte Formatierung, neue Regel und Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden. Und hier braucht man eine entsprechende Formel, also das heißt, ich mache jetzt beispielhaft für die erste Spalte, also für die B2, wenn das Ganze kleiner ist als 50 Prozent. Und ich berechne das einfach, indem ich sage, wenn die Zelle C2 mal 50 Prozent, also wenn die B2 kleiner ist als die 50 Prozent von der C2, also wenn hier 100 rauskommt und es ist kleiner als 100, dann soll die entsprechend formatiert werden. Das mache ich hier mit Formatieren, Ausfüllen rot und damit der Kontrast vielleicht noch besser ist, sage ich, die Schriftfarbe soll auf weiß gesetzt werden. So, dann schaut das Ganze so aus. Probieren wir es mal aus. Genau, ich habe jetzt hier diese Felder entsprechend rot und weiße Schrift formatiert. Ja, dann machen wir weiter. Ich möchte ab 70 Prozent angezeigt bekommen, dass bald wieder eine Bestellung notwendig sein wird. Ich gehe nochmal auf bedingte Formatierung, neue Regel, Formel zur Ermittlung, gebe nochmal ein, ist gleich B2, also die erste Zelle beispielhaft für die anderen. Und wenn die kleine ist und dann in Klammern gesetzt, die C2 mal 70 Prozent, Klammer zu, und diesmal formatieren wir diese Zellen in gelb. Sagen OK und nochmal OK. So, jetzt passieren hier zwei Sachen. Man sieht hier auch deutlich die Unterscheidung. Hier weiße Schrift und schwarze Schrift gelb, aber es ist alles formatiert. Hier müssen wir nochmal auf Folgendes beachten, bedingte Formatierung, Regeln verwalten. Und zwar, hier wird eine Formatierungsreihenfolge angezeigt und ich möchte einfach die rot nach oben priorisiert haben. Das heißt, ich klicke auf die, setze sie nach unten, jetzt habe ich die rot oben und sage OK. Und jetzt habe ich das Ganze entsprechend übernommen. Also ab 70 Prozent werden diese Felder hier gelb angezeigt und unter 50 Prozent in rot und weißer Schrift. Okay. Okay.